Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und zwar heute mal wieder mit einem wirklich sehr besonderen Video. Und zwar haben wir heute mal ein Kill-Duell gegen den Granatenron gemacht. Hierbei kam es zu wirklich sehr spannenden Fights. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, wenn ihr wissen wollt, wer am Ende tatsächlich den Döner gewonnen hat. Damit viel Spaß mit dem Video. Komm, Ego, das ist ein bisschen spannender. Was machen wir jetzt die Runde? Wer mehr Kills macht, muss einen Döner spendieren. Warum willst du Döner? Döner! Das hebt das Spielerlebnis, Digger, dann macht es gleich mehr Bock, Alter. Ich mag aber eigentlich gar keinen Döner. Ich mag eher Döner-Rolle. Und so, was ist denn ich am Döner-Rolle? Digger, 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 Digger. Das kostet nicht unterschiedlich. Doch, kostet mehr Döner-Rolle, weil es besser ist. Das hat so viel Döner-Rolle, aber den Preis von den Döner-Rolle ist, bin ich Döner-Rolle, oder du mir. Was? Und dann hauen wir uns vor den Döner-Rolle rein. Digger, ich hab nur Heals-Zeug, was ist das für ein Scheiß? Ja, okay, gut. Wann willst du denn mal, wann willst du denn Döner-Eisen? Hier? Okay, hier hast du schon, oder? Warte, komm mal, komm mal, warte, war du ganz kurz. Wollt ihr euch? Unterstütze ich sogar. Ich hab's auch, die ist, Digger. Nee, Digger, nee. Hatte direkt goldene Papp oder, Junge? Mein, die wollte das für Video. Ja, Ron. Was machst du dazu? Alles gut, es macht nichts anderes. Einer ist kleiner, sage ich immer. 2. Soll ich mich dort einfach Video aufnehmen. Wir spielen nur Döner. ich glaube das mache ich das stimmste Video was du hier auf dein Kanal nehmen musst Nein, ich glaube nicht von den Zuschauer erwarten es dann und ich bin halt nicht mehr auf den Fall Läuchen auf den setzt du? Na, keine Ahnung, ja, ja, nein Ich setze auf Nico, weil der nicht im Stream will von ihm Ja, das er ist Sonst bin ich vom Stream entgebannt Jo Die da Bitte, Spieber Sand Der ist ein knappes Duell Ja, ist es Guck mal, weiter haben Ja, es wird wieder so eine Einkindentscheidung der Wie sagst du? Aber Miko ist besser Miko, oh oh Ah, jetzt ist es vorbei Miko, wenn du es nicht schaffst, dann Miko zum Baben Auf meinen YouTube-Kanal Oh mein Gott Leute, wenn es um Döner geht Dann passiert sowas Die Leute, die mit 9 HP gerade zwei Gegner gekillt, die fehlt hatten Was so? Alter Junge Leute, für alle die neu reinkommen Wir spielen gerade um ein Döner Was ist los mit dir denn? Ah super, der holt sich wieder für Romsänger Ja Natürlich Was denkst du denn auch? Denkst du, ich höre mir hier gute Gegner oder was? Oh mein Gott, endlich ein Sturmgewehr Ja Schön Na, super Ach so, Digga Ja, 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 das war wohl nichts, ne Das hast du dir so gedacht Kam schon schön auf die zugeflogen, ne Ach so, Digga Ja, sieht schon nicht gut aus, gell Sieht schon nicht so gut aus, gell Sieht schon nicht so gut aus, ne Digga Den ist nun findet auch mein Grund Oh, mein, geil Also, sozusagen sagt noch, Digga 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 ist wundervoll bei Nämchen, gell Das kann nicht sein, ich hab die 99, hab hier abgezogen 99 White Ach, Digga, er ist wieder White, Digga, es ist doch geisteskrank Leute, ich schwitze hier gerade um den Döner Ja Ja, genau, Alter Ja, er ist doch ein bisschen wie geht's wie ich Nice Zuhu ich mir erst mal den Loot Es gibt's nie gut Es ist zu verrückt gerade Und was ist mit dem, der am wenigsten Filz macht? Der gibt gar nichts Okay Und der am zweitwenigsten Filz macht? Der gibt gar nichts Leute, nein, das kann nicht sein Bitte heal Bitte Ron Ron Rondo-Kanade, hallo Der kriegst du hier Bonus-Kills, Digga Ach, Digga, du bist nicht Ich hol dich, Digga, du bist schon neu gespawnt, ey Ja, Junge, wenn du gesagt hast, du holst mich nicht Digga, ich wollte hier ohne Spaß, Digga Nein, 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 nein Nein Komm, 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 komm Ich wurde jetzt nicht ganz ehrlich gekippt, weil ich auf die Karte geguckt hab Oh mein Gott Ja Ja, 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 das ist echt gut Aber das wird eine High-Kill-Round Ich meine, das ist doch die beste Runde ever Nur weil wir gerade um Dömer spielen Nämlich hast du medkett Oh mein Gott, Leute, schaut euch das an, was ist das? Die Lieder kommen nur so dahergeflogen Lämmchen zu nennen Ja, Cookie, halt, hast du bitte eins? Äh, nee, Junge haben doch schon gesagt, nein Oh mein Gott, kann ich dir einen Tipp geben, ja, wenn du, wenn du willst So, Digga, Nikos, kommt ihr dann durchdrehen auf einmal Ja, ich hab 20er Bomb, Digga Leute Nein Ich hab dich wohl Ich geh mal direkt finischen Wieso das? Wieso nicht? Ne, ne, nach 30, Bro, nach 40, 30 oder so Aber ich, wir müssen auf Kills gehen, das ist egal, ob die respawn Das ist, wir spielen gerade um den Döner, wer mehr Kills hat die Runde Also im Moment sieht's ganz gut aus für mich Ich bin hier gerade, momentan tatsächlich 8 Kills vorne Nein Oh Gott sei Dank Leute, habt ihr das gesehen? Ich bin fast gestorben gerade Ich bin auch fast so, Digga Bist du? 16 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Pamp? Ja, ne besser Pamp Ah, nein, 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 Digga Das wollte ich mir vielleicht mal auf der Runde Achso Nein, Leute, das kann nicht sein Och, ne, es gibt keine respawns mehr Och, ne, Digga So, Digga, ich bin nicht tot Das war das Digga Heiler Ja, gut, Tron, du hast noch die Chance, ne Du musst halt Ne, nur noch 7 Kills machen Mach nochmal 7 Kills Komm Ach komm, Digga, kriegst du, komm Also wenn der, wüsst du, wieviel AP du hast, ne Frühdorf Das kann nicht sein, der rennt aber weg Ach, okay, ich schotze Jo, Döner geh auf nicht Döner geh auf, Tron Jo, Leute, das war's gewesen mit dem Video Wenn's euch gefallen hat Lasst gerne ein Like und ein Abo da Und schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei Döner, lass ich mir direkt mal schon schmecken, Digga Schmeck die, schmack die, schmack die, schmack die, schmack die, schmack die Schmack die, schmack die, schmack die, schmack die, schmack die, schmack die